Haha, das geht bestimmt nicht ne, das läuft ab, ja. Nein, das läuft ab, ich habe es schon so oft ausprobiert. Aber jetzt bekommst du den Hammer. Oh ja, los geht's ja. Jetzt beginnt das Hammer. Nein, nein. Du bist der Animations-Slayer, du kannst dich nicht festhalten. Ich benutze vielleicht die BFG. BFG, ja, wirst du wahrscheinlich auch müssen. Hier wird es ein bisschen bonkers. Ja, das habe ich auch gesehen im Stream, sah nicht cool aus. Also sah schon cool aus, aber sah schlässig aus. Ha, hu, ha. Magst du überhaupt schwere Passagen bei Doom, oder magst du eher die so leichter? Ja, ich mag die schwere. Echt? Ja. Ey. Ihr Wichse, Alter. Oh. Oh. Nein, nein, nein. Oh, f**k! Putsch! Arschloch. Sag mal. Puts, Junge! Puts, Junge! Puts, Bach! Puts, Bach! Warte, 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 das nochmal. Weiß ich nicht. New Kids? Nee. Kann ich einfach... Kann ich vom Reclaimed Earth nicht die ganze dieser Heavy-Combie-Part laufen mit den Gitarren, die BAM 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 machen? Und nicht aufhören? Komm, hier, du kriegst den hier. Jetzt ist es vorbei. Wir werden gekippt. Jetzt kommt die Stelle, die du hören wolltest. Aber jetzt ist es vorbei. Ja, die läuft gerade! Ja. Es wird leiser. Nee, es wird nicht leiser. Ich bleib gleich. Ah nee, es geht weiter. Ach, geil. Oh nein! Und... Das du? Du nimmst noch den Hammer! Hammer! Mach V! Mach V! Das sind drei Stück unten! Puts! Oh Mann, ich bin gleich tot! Raus aus dem Toxic-Zeug! Raus aus dem Toxic-Zeug! Das ist so krass mit denen, dass du sogar, wenn du den Hammer meldest, dass sie das sogar noch schaffen in der Zeit, dass du das auf den Boden schießt. Das ist extrem. Die Menke bei Ignorieren einfach den Status, den sie hatten. Oh Mann, Bounty den Moon. Ich glaub, da ist einer an Tyrants. Oder? Ah nee, du, Manta. Oh Mann. Hey! Ich hab dich doch gekillt. Warum? Ich bin sadist. Ich will hier leiden sehen. So, damit hab ich einen weg. Schon wieder? Ja, ja. Hör doch auf! Du verpfändest den Moonie! Ich weiß, aber das ist jetzt jemand, den ich sägen kann. Den ich sägen kann, hab ich gesagt. Halalala. Ah, verpfänd. Oh, nein! Das puss ist nicht. Mach Double Lock on Burst und er ist tot. Hellknights sind so pathetic als... Ja, aber auf den Hellknights. Alter. Siehst du? Die sind so pathetic mit Ghosts. Wenn du auch in einer großen Erde bist. Oh nö! Oh nö! Blood Punch! Blood Punch! Hä? Das ist rüber gesprungen, der Arsch. Ja. Ah. Ah. Brauch er Rüste um. Gib mir Rüste um. Oh nein. Oh. Oh, hallo. Ist noch einer active, oder? Weil ich weiß, respawnte ich auch nicht. Das macht dann nur ein Ur-Duck. Äh, eben. Der Holt. Also ja, Ur-Duck. Gut. Ach v, v, v. Jawohl, nice. Jetzt ist doch ne E rein. Oder wo der Blood Punch ist. Maus nach unten. Oder nach oben, ich weiß es nicht. Maus nach unten. Nein, das ist nicht. Ist schon auf E. Achso. Ah ne, deine Chainsaw ist Maus nach unten. Ne, das ist nicht. Hä, was ist denn? Doch, deine Chainsaw ist noch Maus nach unten? Ja. Sag ich doch. Ne, Blood Punch hat gedacht. Ja, aber danach habe ich gesagt, der Chainsaw ist ja auf Maus nach unten. Ah, ich habe Chain Gun verstanden. Achso. Komm schon, die Goldene holst du jetzt. Komm schon, die Goldene holst du jetzt. Komm schon. Jawohl. Ich muss aber... Auf zu nemen, Alter. Ja. Yeah. Danger close. Oh, der ist, der ist, äh, possessed. Ah, for real. Okay, warte. Manchmal shield ich auch nicht. Das ist richtig noch mal witzig. Verpißt euch alle! Oh, ich hatte keinen Blood Punch. Doch, du hast einen. Ja, jetzt. Oh mein Gott. Frier ein, frier ein, frier ein aufm Boden, aufm Boden ein. Ich habe keinen Aid. Ah, stimmt, stimmt. Frier sie trotzdem ein. Ich kann nicht. Oh boy. Egal, ist nur ein Ding, ist nur ein, ist nur ein Pinky. Du hast gesehen, was ich beim Master Level gemacht habe mit dem Chainsaw und dem Blood Punch, gell? Ja. Nein. Mach das. Einfach in ihn rein dashen mit dem Schild und die ganze Zeit eh smacken, bis dein Blood Punch weg ist. Ah, jetzt noch andere Viecher. Er hat mich jetzt getötet. Ich habe leider... Noch mal, noch mal, noch mal, noch mal. Ich glaube, er ist tot. Nein, nein, er ist tot. Jawohl, siehst du? Easy. Der ist noch billiger als der Hell Knight, alter. Ich glaube, es wäre extrem cruel gewesen, ihn possessen zu lassen, weil der war schon eh auf... Obwohl, den... Lassen, den lassen, den lassen. Ich weiß nicht. Okay, nee, jetzt ist es vorbei. Okay, nee, jetzt ist es vorbei. Fui. Oh nein. Was? Wollte den Prawl auslegen, hast du gemerkt? Hallo. Alter. Verpisst euch alle. Nee, du musst zählen. Oder, nee, Mausrad nach unten. Du kannst ihn auch den Schild so kaputt schießen mit nur einer Waffe, gell? Ja, ich weiß, aber ich will es cool machen. Nicht nur ein Plasma-Ding. Nicht nur ein Plasma-Ding. Obwohl, ich mache es einfach immer kurz. Du schießt doch mit dem BFG, oder? Na, egal. Ja, nicht gegen eine Wand. Ich habe... Nee, nee, nee. Vor der Ta... Ey! Hast du diesen Schrei gehört? Ja, das ist der A-Steam. Genau, ja. Apropos A-Steam. Was kommt da? Was kommt da? Ich habe keine... Oh nein! Boom, Junge! Du bockst ihn richtig auf die Schwanzspitze. Er hat gerade den Schild hochgemacht. Ja! Ja! Ich bin am Arsch, Alter! Was passiert hier? Verpisst dich doch eigentlich! Verpisst dich! Die Beine gerade! Panicst du sehr, Alter! Nein, ich... Verpisst dich jetzt! Jetzt hast du ihn! Weiß was, F*** dich, Alter! Krüppelkeile! Das ist wirklich besser was. Oha, du hast dein Hammer... Du hast deinen Mace gehilft mit... ... mit der... ... mit der... ... mit der Rocket Launcher... Man nennt mich auch UpperAchelon Gaming... Warum? Weil ich ein Madlatte bin! Das ist so awkward, Alter! Ja, es ist so useless! Äh... Was soll ich jetzt fokuse? Marauder or that possessed pain element? Äh... Du kannst den Marauder schmeißen mit... ... mit dem Hammer... man weiß ja stimmt ja aber ich würde das ist lecker aber doch wohl doch noch nach links ist nahm er hinter mir aufgehoben siehst du jetzt fahrt du bist jetzt gehen wir weg gehen wir weg von damit weg vom pendelmantel bist und du versuch den super timing du musst ihn erst mal abschießen und dann v ich wurde aber das war auf der bank bus ich war keine ahnung ich gehe weg brauchen wir ein bisschen munition wie oft dass ich mich doch hinten ich werde richtig gewinn handelt ich will dass der brot eigentlich angreifen soll das endlich ja ich bin in richtigen schweizposition ich habe ja ein headshot statt ein glory kill richtig noch mal geil besser als kasper to be honest was willst du machen ich wollte rüberspringen jungen habe ich schon oft noch falsche munition ganz ehrlich also mir ist scheißegal ich bin ich bin ich bin ich bin ich Nice Nice Easy Clutch, Alter Ja easy, first try Reclaimed Earth, Alter, reclaimed your mother demon, Alter Jetzt hast du alle Waffen Jetzt sind Spirits no more Ja, hoffentlich Tu am besten gleich das Aufsatz wechseln Das, was du dann da stehst, so, oh boy, war das kurz Ja, wie im Stream Ja, ja Ach Yeah, beiner Braun, äh, mit Metal, äh, beiner, Silver Silver, Metal Ich will ein Kasper sehen Junge, ja, ich frag ihn ja an dauernd bei Elman Willkommen von der Arbeit, der Müde Ich frag ihn schon gar nicht mehr, weißt du, ich tue echt nur Fragen, willst du was spielen? Lass mich raten, du willst Doom oder Quake spielen? Ich so, nein Ja, ich hab aber trotzdem keine Lust Und ich so, okay, dann schreib ich dir halt gar nicht mehr, what the fuck Mhm Das war schon so'n Kek Die erste Wave startet und ich bin bereit Jetzt musst du dich anstrengen, du hast nur 5 extra lives Oh ja, stimmt Du willst ja, du willst ja die End-Cuts sehen, oder? Glaub schon Ich kann einfach auf YouTube gucken Nein, ich würd sie mir verdienen Die ist nur 30 Sekunden lang Ne, ich glaub sogar kürzer Oh mein Gott Ich war auf FullHP und so und shit Wo bin ich? Hä, wie hast du das? Ich dachte Ich hab so'n Jumpfett Boah, Poggers, Alter Ja, Tatsache Oh, Poggers, Alter Manchmal drück ich nicht hier, weil ich Mitleid bei denen hab Gefällt's mir ein? Ja, gewöhn's dir an Die Maniste rauszuholen und was Einsen zu drücken, Robert Ja, das war den hier machen Und BÄM Richtig cool Ja, das, was jetzt funktioniert, aber ansonsten funkt sie jetzt nicht Gar nie wieder Powerpoint-Präsentationen, erstmal richtig gamen hier Ja, ich hab ganz'n Rock-Online-Schau auf die Maker-Drohne geschossen Ey, das war nur um sie zu stunnen, mehr nicht Hast du diesen Double-Headshot gesehen? Oh, der war das dick Meine, meine nach Jetzt benutzt du die A-Belist bei ihm, aber nein Jetzt benutzt du die A-Belist bei ihm? Ja Ey, ich meme Get away from me, ich meme Alter Achso, das ist ein Bounty-Dämon Ja Fick dich Aber komm Roman, Bronze willst du jetzt nicht haben, oder? Nein Parek, Alter Schwach Schwach Kopf Ich bin jung, Alter, dieser Slashed und du hast ihn voll gebackslagd Ja, natürlich Ja, natürlich Hm, schöne Armor aufsammeln Hm, schöne Armor aufsammeln Ja Der Doom-Guy ist basically ein Staubsauger Yes Verpiss dich Er respawnt jetzt an verschiedenen Punkten hier Das ist in Ordnung, aber ich frage mich wo der erste ist Ah Als ob ich ihn gerade geshit-talkt hätte, als er zugehört hätte Dachte ich so, okay Ich komme jetzt Oh fuck nein Oh fuck nein Ja, krass Es muss irgendwas spawnen, was ich absch- Krieg Panik Ja, es ist weg Ja Wer schießt mit Abbares auf Zombies? Ich tue es Was? Wer tut G-Token in nem Tunnel? Krass mach Verschämt jetzt hier Ah, oder vielleicht hinterm Teleporter Haha Als hätte ich es gewusst Hey, verpiss dich Ich hab irgendwo nicht so... Oh mein Gott! V, V, V Hilfe Boah, Junge, Alter, das ist ja wie Weihnachten Jetzt, eh, eh, eh Hau den voll weg Ich wollte eh drücken Der Glory Kid einfach Ja, weil der ja auch ein Glory Kid war Lol, was zufickt hat das denn, Alter? Ich hab das noch nie gesehen Ich mach Miethocks möglich, die nicht möglich sind Hey, 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 ich will dich haben Du bist nicht für Flash, oh Ja, ich glaube, es wäre echt sehr hilfreich für dich, wenn du mehr den Hammer benutzen würdest Ja Ich muss aber so viel managen, ich will aber nur shooten Ich bin... Oh, hast du possessed? Oh, hast du possessed? Leute, holt nen Exzorzisten, ne? Wird auch ne Hilfe Aber ey, du musst dich daran erinnern, deinen Aufsatz zu wechseln, gell? Ja, hab ich schon Und das ist... Hast du? Ja, ich darf mein Plasma nicht verschwenden Oh ja Das ist immer noch kein Jump Pad Ja Ich hab gesehen, wie du schon geguckt hast, das ist ein Jump Pad Oh nein Haha Lecker Nn-n Du wirst nen Dreadnought ho... Ne, ich will Zombies töten damit Ciao 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 Nicht getroffen Ciao Ich hab den falschen getroffen Ich darfst was grad sagen, Digga Oh nein Oh Oh Dich mach ich so Okay Okay Das funktioniert Oh Kleiner Schlawiner, du Sag Junge Nein Nice Hahahaha Oh fuck, ich bin 8 Warum spreadet er so krass 8? Weil ich drauf klar kam, dass ich immer wieder kam wie... Geiler Henkel Immer wieder, komm Ja, Rainer Sehr gut, du hast diese Runde keinen Extra Life verloren Oh ja, das stimmt In der, in der hier kannst du keinen Extra Life verlieren Du... Man wird schon sehen, was du machen musst Okay Ich schaff das Na, sicher? Ja, ich schaff das hier eins zu verlieren Ah, das sind Stone Nymphs Ja, Junge, ich wollte gerade fragen, was machst du da? Nein, machst du nicht so Ruhe, was ist über diesen kleinen Inseln, wo sie sich befinden Oh Was ist deren... Deren anderen Weakness Kentucky Fried Chicken Aufpassen, du hast Air Control Du kannst einfach ganz... Du es geht ganz leid... Ja, wo willst du dich hinhunken, Alter? Na, wo willst du hin? Na, wo willst du hin? Genau das habe ich gemeint BASD loslassen, wenn du faul drückst Okay Du weißt gar nicht, wie oft das mir passiert ist, Alter Manche schalten sogar die Air Control Rune während dieser Stelle aus Ich wollte korrigieren, aber ja Ja, das geht nicht, Alter Erstmal Ruhe Zwei Mal Zwei Mal Ja, ne Drei Mal Alle guten Dicke sind drei, ja? Ja, ich habe dich mit dem Hammer verwendet Ich hasse Battle.net, ohne Witz Ich bin rechts... Ich sehe gerade rechts, ich bin auf Warzone Was ist da als Werbung, kommt die Vanguard Und dann dieses... Frontlinie Waffenpaket Und diese SDG 44 Mishandelsworte Ach nee, das ist... Die hat einen Thompsongriff, egitt Pass auf, diese Sektion hat eine schöne Überraschung für dich Was? Alle Sprawl oder was? Nein Nur Bloodmaker Nein, du wirst schon sehen Tentakel Mein extra live Überall oder was? Nee, nur... ich glaube nur auf den höheren Stellen Naja, ich meine... Ja, ich meinte überall bei diesen Löchern Nee, nee Oder? Ich weiß es gar nicht Doch, Tatsache, ja, bei diesen Löchern Wo ist der jetzt die Münze? Wo ist der jetzt die Münze? Da links, 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 unten, rechts, rechts, nein, rechts, rechts Ah, da war sie, die beiden in dieser Lücke Oh, das wirst du brauchen, Alter Oh, das wirst du brauchen, Alter Ich glaube jetzt kommt die nächste Arena, die kann auch schwer werden Aber die ist nicht so schwer, das glaube ich die... Ich glaube die machen hier nochmal kurz so... Bisschen so, weißt du, so wind down kurz bevor dem großen Event Ja, also erstmal wind down, Junge Ja genau, low wang, hung low Ja, ja, low wang Ja, ja, low wang Hung low Ich wurde gecurt Ja, ja, ja Ja, ja, gecurt Ich glaube es würde mir schaden, wenn du mal ein bisschen öfters wieder Doom Eternal spielst Ja Dein Massenmemory ist nicht so wirklich da Du kriegst nicht mehr so... Also, wie ich das sehe, kriegst du nicht mehr die Wing Point so leicht runter wie früher Yes Das ist einfach nur Panik Vielleicht habe ich mich auch geirrt Vielleicht ist doch nicht die leichteste Arena hier Vielleicht war es doch die erste Du... Arsch Guck mal, mach Ballista und PB Dann hast du die in einem Cyclus down Ja, aber auch treffen Genau Jawohl Mach zuerst PB und dann Ballista Weil Ballista hat so kurzes Delay nach einem Schuss Weil der PB kannst du direkt zur Ballista wechseln Oh Mann Egal, der eben zuerst, Digga Den glaube ich habe ich nie gesehen Echt nicht? Ja, ich habe ihn nie von hinten gekillt Der gibt ihm da voll die Rechte, Alter Linke Nein Er hat ihm mit seiner rechten Faust geschlagen Lüge, Lüge, es gibt eine Rüge Gut Ey Bitte auf Bitte auf Du auch Fickt euch einfach alle Mach V, mach V Jawohl, Alter Boah, ja das schmeckt doch Oh Boy Oh nein, ein Schildmensch Oh nein, ein Schildmensch Das ist ein Dämonen Nein, 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 das sind Schildmenschen Das ist Security Boah, Silver Ranking hast du jetzt Boah, verpisst euch, verpisst euch Ich habe es nicht aufgekommen, Dig Nee, ja, ja Das machen wir jetzt doch bei Verstehen Videospiele Ich bin weg Actually, nehme ich sie jetzt schon mal an Verpisst dich Verpisst dich Okay Dem ist einfach egal, weil er gepanzert ist Denkt er etwas cooles Erster Panzer Oh Mann, jetzt hast du da einen Punkt aufgeholt Ja Fürst dein Herz Vielleicht kommt es doch noch zum Gold Rating Aber nee, ich glaube nicht Nee, ich auch nicht Ich weiß nicht Das Slay Rating zu bekommen ist ein brutaler Grind Ich habe es immer noch nicht Haha, ich habe so einen Tor weggeschossen Der stirbt einfach fast an der Pussy Ja, das ist wirklich Quicks go Alter, du deine sicken Drehungen, Alter Ja Wurde auf so flexen Du so flexen da, ja Ja, ich muss meine Montage aufnehmen Wie soll ich sonst in den Fails, äh, Doom Eternal klaren? Nein, wer oben rum... War das gerade ein Cursed Aids Prowler? Nein, das war ein Breathmaker Oh, sind auch schlimm Oh, Junge Oh, Junge Oh, Junge Ich weiß nicht, wo ich hingeschossen habe, aber ich hoffe, es hat Damage gemacht Oh, es hat... Jack Shit Nee Jetzt habe ich irgendwas kaputt gemacht Der Blattmaker ist am Idlen Am Weiben Am Weiben Ich bin tot Der ist sowas von am Weiben Am Weiben Am Weiben Am Weiben So, jetzt bist du... Der Letzte Du bist das allerletzte Stirb Verrack Blatt Oho... Schmeckt Geh dich heilen, Alter Geh dich heilen, Alter Nein, Mann Ich will noch nicht gehen Ich will... Oh mein Gott Das ist so dumm, was ich gerade mache Gott, steh mir bei Komm mal... Ist da irgendein... Wirf Eisbombe, Eisbombe Mach da ne Weakpoint vom Arachnotron kaputt und hau den Hammer rein, Alter, aber volle Kanone Nein Nein, doch nicht so... PB, jetzt V, Alter, Junge, was machst du mit der Sache Abelös, Junge, Abelös ist main Ach, du bist so ein Elites, Alter Ach, warte Ach, warte Lass mich doch... Alter, wie der angepacet kam Lass du das mitreden, Alter Nein, ich war tot Juge, der hat sich fast schon zuniert, der Pinky 8, Scheiße Das hast du nicht weggelegt Ist das geil mit dem Schild, Alter Ja Ey Verpisst dich doch nicht Wie viele habe ich verloren? Äh, wie viele Explores habe ich verloren? Vier Stück Oh, du hast viele verloren Du hast ja nicht mal alle bekommen Ich kann dir gar nicht sagen, wie viele du eigentlich hättest Du hast, ähm Ich glaube schon locker fünf oder noch mehr verloren Oh, nice Nein, nicht nice Jeder extra drei sind tausend Punkte weniger Oh, Mann Die du eigentlich hättest Du bekommst die nicht abgezogen Aber die du eigentlich haben könntest du Ja Das ist aber schon klar Das ist ein bisschen tricky hier Okay, dann will ich jetzt mal fünfmal sterben Das ist Traversal, Digga Guck doch erstmal ein bisschen Hey, ich weiß doch Macht er hier voll die Leonardo-Sachen, Alter Ja Nein, nein, ich weiß echt Guck mal Das habe ich doch im... Das habe ich so ein Gefühl, Mann Und da hat es bewegt sich hier Ey, Leute, das hast du nie gesehen Das habe ich noch nie gesehen Ja Egal, du hast alles Egal, du hast alles Ist nicht schlimm Du hast alles Aber ich glaube, die haben sich auch geändert Spawned Das Quad Damage Hinterher Ja, vorne und hinten Das ist eine Bonusrunde Ja, okay Bonusrunden sind immer so Ja, okay Ja, das ich beim zweiten Level schon merken muss Ja Was muss ich eigentlich hier töten? Oh ja, Whiplash Ich weiß gar nicht, Whiplash Ja, vielleicht PB Ballista ganze Zeit Macht glaube ich am meisten Sinn Hä? Hä? Was ist denn? Meine Waffe war leer, obwohl es nicht leer war Ja gell, was ist denn das denn? Ich stock! Ihr zerpillst euch Gestern By the way, gestern war Team Fallout 2 unspielbar Warum? Da waren Bots die ganze Zeit Die haben Ähm So einen Memesonges laufen lassen Ich hab den Namen vergessen Ah ja, Pokerface mit Karten und Saison auch noch Was? Ja Und die haben Und die haben gestern geaim-bottet Und gestern botet Und es waren immer so viele da Damit halt die nicht gekickt werden konnten Vielleicht mit den Microwave-B-Mods Naja, wir haben schon alles Wie, wir haben schon alles? Wir haben alle Imess, wir haben alle Du bekommst trotzdem Punkte Ja, aber Ich hab keine Munition Ja, aber Ich hab keine Munition Au, ich bin tot Nein, bist du nicht Doch Ja, ich hier Ah, okay Ja, da waren auch Zombies überall Du hast eine volle Autoshotgun, weißt du? Junge, Roman, lern mal die Autoshotgun zu benutzen Das war ohne Scheiß Das liegt daran, weil grad Die Shuppa Schuppa Die Super-Shotgun voll war Junge, Autoshotgun Die war eigentlich halb leer Autoshotgun ist einfach besser Der ist halt Sticky Baum, Digga Ja, ich weiß Ja, es ist vorbei, Digga Jetzt geht Roman alles, Digga Zwölf extra lives Roman ist gewappnet, Alter Das schafft er Ja, Mann Oh, nö Zersäg ihn oder so Nicht ihn Ja, ich wollte den Glory killen Glow kill einen Ich Glory kill den hier Meinen Extra Life nehme ich mit Eh Eh Hab ich Nein, zuerst, eh Dann wär die einfach bad, Digga Ich muss für das abgewöhnen Spiel einfach Immer wenn ich was sage, sonst spielst du schlechter Ja Ja Da ist, da ist eine Schuld Da ist eine Schuld Ich bin dann nicht Ich würde das echt sagen, wenn ich so auch so zugucken würde, was sagen würde er so Leo, halt mal deinen Maul Ich kann mich nicht konzentrieren, Digga Leo, halt mal deinen Maul, Alter Oh, ich bin schon wieder gestoppen, Alter Ja Ich würde, ich... Du müsstest mir so einen Tisch ein bisschen schlagen Brauch ein bisschen Munition Hab ein bisschen Munition Bisschen Munition Bisschen Munition Bisschen Munition Bisschen mit... Bisschen mit... Bisschen mit'n A-B-List auf'n Erektrumswegpoint schießen Oh nein Oh boy Oh man Es ist direkt mal ein Schuss gelaufen Was soll ich denn da machen? Ey, du bist tot Ohohohoi Ah Putz Ah, scheiße Ja, also der ist nicht direkt ein Schuss gelaufen Der stand... Der stand in Explosionsradius Bringt doch... Bringt doch Leute nicht ins Krieggebiet, Alter Oh man Mein Name ist sonst Danger Close Du müsstest eigentlich 24-7 mit dem Caution Skin für die... Für die... Für die... Und das muss nicht rumlaufen Ja, ist eigentlich ne gute Idee Hast du den nächst? Doch Digga, du hast ihn nur weggeboxt, Alter Ja Jetzt fehlt der Storykill Oh nein Ein... Ohoho Ein Sonic Digga Ein Stoney Imp Erstmal Skritzer aktivieren, Bruder Ja Jetzt ist der Meintes der Beste Das ist ja das erste Mal, dass du gegen Possessed Marauder spielst. Nein, das ist das zweite Mal, in Tag 1 gab es ja auch einen. Achso, hast du Slayer Gate gemacht? Ne, das gab es ja auch im normalen Level. Bloodstorms. Nein, 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 der war gebufft. Oh. Das ist ein Unterschied. Beim Buffen ist er nur schneller. Hier ist er stärker, resistenter, schneller und noch immuner gegen Superwaffen. Außer gegen den Hammer. Ja, den habe ich ja gerade nicht. Das ist ja ein bisschen blöd. Ja, dann glory kill einen Gegner. Du musst einen Imp mit deiner Headcan anstacheln, alter. Du musst anstupsen auf den Anus, auf den Sphinxer, diga. Und dann kannst du den Hammer benutzen. Der kommt nicht. Ja, guck mal, jetzt warten bis er kommt und dann abschießen und V. Wenn er, also, ja jetzt und V. Nein, Alter, du, hä, was war das? Ich habe keine Ahnung, Tobianis. Ja, sein Window ist vielleicht kleiner, vielleicht musst du es besser timen. Ich weiß halt nicht, ich habe auch nicht so oft gegen... Also, ich weiß nicht in und aus, wie der so ist als Possessed. Aber du bist doch der Slayer. Ich bin nicht der Slayer. Oh Mann, ich will gar nicht sagen glory kill, aber er schlägt alle. Ich bin der Doom Slayer. Oh Mann. Ich dachte, du bist pelatsch. Oh Mann. Oh Mann. Nein. Nein. Okay, scheiß drauf. Face ihn einfach. Der ist nur noch ein R. Wir würden die anderen noch Names währenddessen zu schmeißen. Oh lol. Nein, 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 nein. Junge, Alter. Oh Gott. Oh Gott. Alter, du hast doch... Ich glaube doch drei Plasma-Zenten. Nein! Nein! Warte, ich habe eine verschossen, aber ich glaube nicht. Wieso? Alter. Ja, die Beine mehr! Digga, box ihn weg, Alter. Den juckt es nicht. Box ihn. Ich bin Rainer. Erstmal... Der kann auch so gut vom Wasser wegrennen. Oh, hallo. Haha. Beste Taktik eigentlich, wenn MeToo auf den Kopf schießt. Ja, das habe ich den ganzen Tag gemacht, als ich die Köpfe nicht getroffen habe, weil es immer noch damals so stark geruckelt hat. Oh, bruh. Kommt. Ja, Mann. Aber alles. Das war auf den Maker, Alter. Der im Glory-Kill-State ist. Der im Glory-Kill-State ist. Ich bin ein Arsch, halt. Bro, Blood Punch, guck mal. Nein, Blood Punch. Und dann die Chang'an raus. Dann Schilds. Jetzt nochmal Blood Punch. Jetzt, jetzt, äh, Rocket Launcher. Jawohl, und jetzt hast du ihn. Guck mal. So einfach kannst du sein. Ja, weil der Combo fehlt ja auch bei dir. Weißt du was? Ich habe keinen Bock mehr. Du bist doch dumm, aber mir egal. Ich will jetzt die töten. Alles gesehen, wie man eben da gerade hingeflickt ist. Aim-Bot. Oh, oh mein Gott. Das ist doch wie mein zweiteres. Wo ist er? 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 Alter, das hättest du für die letzte Runde gebraucht. Ich weiß nicht. Barnek, wo ist er? Ah, da. Ich bin fast tot. Gefickt. Fickt euch. Ich. Brawler. Mein Arch-Anim-Assist. Arch-Sam-Assist. Ja. Hast du eigentlich die... Arch-Sam-Assist. Hast du gerade die Fretze vom Reaktor-Tron gesehen? Ja. Wie der mich angeguckt hat, er war uns im... Hm, er ist am Glow-Killen. Ich kann's nicht fassen, mich hat ein Imp getötet. Nee, das war ein Gargoyle. Ist doch das Gleiche. Ich bin ein Doom-Kritiker. Das andere kann fliegen, nur. Alle drei Schüsse sind vorbei. Aber ich hab's jetzt trotzdem mal wegen nem Skill. Bin wie Leonardo, halt nur mit Doom. Hauptsache die Flicks sitzen, Alter. Das ist das Wichtige. Ja. In die Richtung gucken, aber nicht treffen. Ja, jetzt sehen wir, warum ich das gebraucht hätte. In die Richtung flicken und dann weg gucken. Nee, das... Das ist ja nicht die letzte Runde. Du hast da noch eine. Oh Mann. Ist dann im Baum geröbst. Waff tot. Ja, ja, ich suche es. Hm, wo könnte es wohl sein? Verfisst euch mal. Ich empfehle dir, dein Destroyer Blade bereit zu halten für den nächsten Buff totem. Okay. Wird's nicht so einfach sein. Wenn du klug bist, dann wirst du verstehen, warum du die Arme das benutzen solltest. Wegen Tentacles. Nein. Ah, gekaukelt. Nein. Hä? Warte einfach. Siehst du gleich an, siehst du an, wenn's kommt? Ich weiß nicht, ob's denn der oder der Nächste ist. Und dann überleg, was du machen sollst mit dem Destroyer Blade. Was, was dahin frech wär. Ja. Ich geb her. Ey. Obst du los. Mach irgendwie. Ja. Oh, ja. Es war Kettenseck. Ach, mein Arsch. Was ist mit dein Arsch? Ja, der Stuhl ist halt ein bisschen cringe. Ich denke, du rumpelst, Alter, du Schmuck. Was? Mann, 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 Mann. Cool. Genau, das macht doch viel mehr Sinn für dich, die Destroyer Blade zu benutzen als Arme. Das passt viel mehr in deinen Spielstil. In deinen Spielstil. In deinen Spielstil. Pile-Stil. Ich wollte euch nicht fliegen, aber er hat's rumgedanced. Bonus-Wave. Jetzt der Wave-Rummer, jetzt geht's ab, Alter. Jetzt surfe ich ihn, Alter. Warte. Oh nein, ich hab keinen Hammer. Die Pocken, die Pocken. Aber wie viele? Aber ich schlage jetzt zurück. Hahaha. Hey. Lass die Scheiße. Hey. Lass die Scheiße. Hey. Warm, Alter. Nice. Warm, Junge. Ich hab schon gedacht, irgendwie hat der Hammer grad nicht die Leute gesagt... Hey, wo ist dein ganzes Leben hin? Ich hab keine Ahnung. Es wird einfach deinstalliert. Ja, ist verschwunden. Ja, Mann. Junge. Taxivation. Okay. Marauder. Äh. Waff-Totem. Waff-Totem, nicht Marauder. Oh Gott. Deshalb. Genau. Aber da war doch Marauder. Hä, wo hab ich jetzt gewusst? Ich hab nicht mehr gehört. Da sind sogar zwei. Hohoho. Ja, kommt her. Hahaha. Das funktioniert jetzt. Hahaha. 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 Aber da war doch Marauder. Nur wenn sie grün leuchten, die tun ihr Schild sofort hochholen. Du kannst sie nicht mit dem, mit der Destroyer Blade damagen. Oh Mann. Außer du, außer du hast sie ganz ganz lange gestunt irgendwie. Okay. Sag mal. Scheiß Hund. Ach Gott, Junge. Verpisst euch doch einfach. Sag mal. Es ist doch ein Witz, Junge. Ich bin fast tot. Der will die Softlocken. Ja, Mann. Wo sind Gechner? Nein. Hahaha. Der ist doch ein miesiges Die. Mann. Hier. Just Die. Wie hast du das geschafft bei UFC Atlantica? Machs genauso hier. Ich hab keine Ahnung mehr. Machs genauso hier. Einfach mit Calm. Nicht mit Panic. Mit Calm. Jawohl. Nein. Du darfst ja nicht einfrieren. Ansonsten kommen sie wieder an. raus aus dem Status. Ich hab die falsche Nade gehabt. Jetzt lass mich sägen. Box den Hund. Und. Oh. Hallo. Ciao. Den ersten hast du. Den ersten hast du nach Hause gesteckt. Okay. Jetzt reicht's. Das extra Leben. Das extra Leben. Das extra Leben hol ich mir zurück. Verpiss dich putze. Sag mal. Da sind zwei. Nein. Ich hab den Roader bekommen übrigens. Ja ich hab's gesehen. Alter. Das ist richtig bonkert. Ja. Das ist glaube ich schwerste. Schwerstes Content mit den Master Devils im Spiel. Ähm. Verpiss dich doch mal. Alter. Komm schon. Jetzt darfst du nicht scheitern. Das ist glaube ich die letzten zwei Gegner bevor es zu Ende ist. Alter ich hab noch vier. Wo ist Kettenstück gefuelt? Ähm. Munition. Benutzt den Lock on Burst. Scheiße auf alles andere. Benutzt den Lock on Burst. Benutzt den Lock on Burst. Benutzt den Lock on Burst. Den Lock birt�ig... Frik ich. Ich bin weg. Ich bin weg. Der hat dich gerettet. Der MeeTog. Alter. Der hat dich gerettet, der MeeTog. Alter. Alter. Килли,килли. Alter okay. Extra live auf ihm. Jaa ich geb' eh n Kind. Egiga... Da dunkel. Nein. Ich bin geb' eh n Kind. Hast du gerade gesehen, wie der Keku ihm angesleudet kam? Ja. Hello there! Alles ist auf 180 hier, Alter. Ich dachte schon, bei Danny wird's wir sicher, aber Alter, das ist uns hier Welt, ne? Bist du immer vor Kasper will bespielen, Alter? Okay, wahrscheinlich wieder in Hochumständen sich töten lassen. Oder seine Hand schlagen. Ja, stimmt so. MAAANN! Oh mein Gott! Christus, der kommt Slayer Rating incoming, hab ich gehört. Nein! Hast du richtig gehört? Was? Jaaaa. Oh, das war ne Maker Drohne. Oh, ist das Bonkers, ich hab noch 3 AP, äh, 3 extra Leben. Ja. Ich bin bütig in meiner AP. Oh mein Gott, ich geh weg hier. Mama, I'm scared, pick me up. Junge, da sag ich gerade, guck nach hinten, ist ne Hölle! Geh in die Maker Drohne, die Voss Munition. Junge, es ist so viel, da ist doch ein Archweil. Es sind echt nur noch 2 Archweils, komm, dann hast du's geschafft. Nein, 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 nicht stehen bleiben. Versuch nicht stehen zu bleiben, auf keinen Fall. Oh Mann, Gott. Warum ist das hier so viel? Nein, es gibt ja keine Munition. Oh, NOW, oh, 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 vauf. Das ist den Achweil. Achweil. Nur Achweil. E, 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 noch e. Jawohl, nice. Ok, jetzt verpisst dich von Dir. Wie viele Archweils sind hier? 3 DRRIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIXIFFCE Ich hab nichts verschwunden gehört. Frieren ein, Frieren ein, Frieren ein! Ich hab keine Ice-Lade! Chaingun, Chaingun! Oh mein Gott, oh nein! Oh mein Gott, jetzt noch Street-Shaw, Alter! Geht das nicht so, nein! Ich will ab, wenn die Pfannen zogen! Nein, ich soll einen aufkommen! Da ist irgendwo ein Bus, ey! Ich bin so am schwitzen! Nein, ich hab keinen Hammer! Oh nein, 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 nein! Hahaha! Hahaha! Gute Alter! Hach! Ich auch nicht! Ich hab noch einen Buff aktiviert! Alter, bin ich aufs Schwetten! Jetzt die Munition voll auf! Oh gut, okay, du hast sie aufgehoben, sehr gut! Alter! Kill ihn, kill ihn, kill ihn! Hey, nicht glory kill! Ist mir egal, oh mein Gott! Okay, jetzt bloß, jetzt einfach runterkommen! Jetzt ganz chillen, jetzt ganz ruhig chillen! Das ist alles Gegner, die du kennst, die du kannst! Gar kein Problem hier! Alles cool hier! In der Kika-Lounge! Ja, nicht bloß, ich den Blei- Ja, das geht, dass ich den Blei versagen wollte, oder? Ja! Oh, Scheiße! Nein, jetzt bloß ich an den Dingern scheitern, Alter! Ja! Oh nein! Ich hab's fast zum Glory killen! Was ist denn? Wenn ich mein Glory killen! Oh! Oh, Christus! Oh mein! Oh mein! Ich sehe, dass der Tyrant-Gott blau wird! Ich sehe immer so, nein! Nein! Oh! Oh, Junge! Das war... Das war ein Kampf, Mann! Nein! GG! Weißt du, sag mal so, hm... Ich glaub ich geh morgen duschen! Jetzt nehm ich so... Fuck, Alter! Ich muss jetzt duschen! Ich glaub, es war viel schwieriger als mit 60Hz! Ich mach grad Werbung für die 44Hz-Monitore! Du hast dich die Katz... Du hast dich die Katz... Geil! So... Viel verdienter als... Wenn ich's mal auf Yuva geguckt hätte! Ja... Jetzt hast du sogar das Achievement bekommen! Ja... Und jetzt bist du sogar aufm Leaderboard, Alter! Paar... Paar Minuten bevor es resettet wird! Obwohl, ne... Nur ein Battlemodel hat resettet! Ein Battlemodel hat resettet! Cool, du hast... Das ist... 2x2Lives noch gehabt, Alter! Junge, du bist grad so durchgekommen, Alter! Ja... Aber ey! Horde-Mod Nightmare separates the boys from the men! Du kannst dich jetzt als Mann fühlen! Ja, Mann! Fick dich, Katzma! Oh mein Gott! Wird einfach die ganze Zeit auf! Wird einfach die ganze Zeit auf! Ja... Und dann... Vielen Dank.